Der Schulweg ist auf der erste Weg, den Kinder alleine im Straßenverkehr zurücklegen. Leider passieren gerade hier noch viel zu viele Unfälle. Genau aus diesem Grund gibt es die Initiative Gib Acht, die den Kleinen bereits früh genug beibringen soll, wie sie sicher über die Straße kommen. 200 Polizisten sind als Verkehrserzieher tätig, zeigen den Kindern richtiges Verhalten am Schulweg. Und das ist ganz wichtig, denn Kinder haben eine andere Perspektive. Sie können Entfernungen nicht abschätzen, Geschwindigkeiten nicht abschätzen. Und wir möchten, dass sie sicher zur Schule und auch wieder sicher nach Hause kommen. Deshalb die Aktion Gib Acht. Gerade bei Kindern, die in dem ganzen Verkehrsbereich der schwächste Mitglied sind, weil sie keine Erfahrung haben und hoffentlich auch keine schlechten Erfahrungen sammeln müssen, dass wir diese Unterstützung zum Thema Sichtbarkeit, Sicherheit erhöhen, um Unfälle bereits im Vorfeld zu vermeiden. Auch andere Parteien rücken zum Schulstart das Thema Sicherheit im Straßenverkehr in den Mittelpunkt. Gleichzeitig warnen Verkehrsclubs vor einem Sicherheitsproblem, das vor allem Schulkinder massiv gefährdet. Tausende Plakatständer in Oberösterreich, von denen einem mehr oder weniger sympathische Politikergesichter entgegenlachen, nehmen gerade kleinen Kindern oft die Sicht auf den Verkehr. Wenn es um den Platz im Nationalrat geht, ist das Thema Sicherheit dann wohl doch nicht ganz so wichtig.